Online-Shops, digitale Vertriebswege, Globalisierung. Um diese Trends der Modewelt erfolgreich zu nutzen, brauchst du betriebswirtschaftliche Kenntnisse und ein tiefes Verständnis der komplexen Modebranche. Im Studium Fashion Management lernst du die gesamte Wertschätzungskette kennen. Von der Kreation über die Produktion bis hin zur Distributionslogistik. Fashion ist deine Passion? Dann bewirb dich unter www.makromedia-fachhochschule.de Makromedia. You change.